und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus heute mal nicht mit einer review sondern mit einer haul und zwar ist das ja wie bei sehr sehr vielen von euch dass man diesen moment hat von ich habe gesehen und ich habe gekauft und das ist jetzt auch im hause veliprick nichts anderes gewesen und so habe ich zum beispiel hier ein konvolut von 22 größeren und kleineren sets gefunden dabei waren ältere megablock sets ältere kobe sets es sind kasi sets dabei und slooban sets unter anderem dabei und das habe ich gesehen und das musste ich irgendwie haben und am ende ist es gekommen dass das ganze für 200 euro den besitzer gewechselt hat und das schöne an seiner haul ist ja ihr könnt schon mal sehen was hier angekommen ist und das noch schönere ich werde auf jeden fall in dem community bereich eine umfrage reinhauen bei der ihr mitbestimmen könnt welches dieser sets ich habe dann eine auswahl ihr im samstags video nächste woche sehen wollt aber ich würde sagen ich plappere gar nicht weiter rum sondern wir schauen uns das ganze einfach mal an und hier seht ihr schon das erste set davon und zwar von megablocks aus der call of duty reihe das set nuketown falls euch wundert es handelt sich um gebrauchte sets aber der verkäufer hat die noch mal schön mit einer folie umwickelt die möchte ich auch ganz gerne drum lassen bis ich das ganze dann öffne und baue aber daher könnte die an einigen stellen etwas merkwürdige optik kommen ja call of duty sind wir mal ehrlich in den teilen wo nuketown drin war da hätte ich es eigentlich noch nicht spielen dürfen habe ich es trotzdem gespielt ja das hat sich natürlich jetzt schon einige jahre mit dem alter geändert und ganz ehrlich ich spiele es auch nicht mehr das ist eigentlich merkwürdig wenn man es nicht spielen darf dann will man es unbedingt spielen und wenn man so viel spielen könnte wie man möchte dann spielt man es nicht mehr aber trotzdem sind da natürlich erinnerungen verbunden und das ist zum beispiel auch nuketown das war bei uns immer der kleinste gemeinsame nenner von map auf die sich die leute einigen konnten und die map fand ich auch richtig richtig cool mit so einer art endzeit scenario und den puppen die da drum standen und deshalb habe ich mich besonders auf dieses set auch aus dem convolut schon sehr gefreut aber das ist noch lange nicht das größte set aus dem convolut ich würde sagen wir schauen uns einfach mal das nächste an und beim nächsten set haben wir ein altes luban set und zwar die m38 b6500 aus der land forces reihe so eine art panzer ehrlich gesagt für mich ein set was er dabei war der main battle tank hätte ich nicht unbedingt gebraucht natürlich werde ich ihn trotzdem bauen und bin schon mal gespannt wie dieses set hier performen wird weiter geht es dann mit einem kasi set und das ist scheinbar nicht nur in china hergestellt wurden sondern wurde auch chinesisch beschriftet auf jeden fall haben wir hier die kj 82005 eine art jagdflieger 299 teile haben wir dabei aus der century military reihe und das ist für mich auf jeden fall die flugzeugpremiere von kasi als nächstes haben wir wieder ein sluban set und zwar aus der town uptown reihe 324 teile haben wir und das ist so eine art camping bus und eines der wenigen sets aus diesem konvolut das kein militär thema hat das ändert sich beim nächsten set wieder denn hier haben wir wieder ein call of duty set von mega blocks die free attack 351 steine haben wir hier und auf dieses set bin ich sehr gespannt vor allem ob die steine auch nur halb so cool aussehen wie auf dem bild und ich bin auch auf die minifiguren hier sehr gespannt die ja eher action figuren gleichen beim nächsten set haben wir wieder sluban aus der land to forces reihe den k1 tank die m38 b03 05 343 teile haben wir in diesem set und den werde ich wenn ich mir die sets anschauen wahrscheinlich zusammen mit dem land forces set von vorhin mit diesem panzer anschauen und jetzt kommt ein set was ich ultra ultra cool finde denn wer diesen kanal wirklich von anfang an verfolgt oder vielleicht mal geschaut hat was das erste video of valley prick war der kommt auf dieses set in einer etwas abgewandelten form und zwar haben wir die m38 b0 302 land to forces den heavy transporter und so ziemlich genau dieses set war das erste set was ich auf dem valley prick kanal gebaut und vorgestellt habe da kommt bei mir zumindest riesig nostalgie hoch und jetzt kommen wir zum ersten alten kobe set das in diesem konvolut war und war es von kobe aus der cheap military reihe den willys md coast patrol cheap hier auch noch mit den alten kobe figuren da bin ich super super gespannt drauf und wo wir schon bei alten kobe sind kommen wir jetzt zum wahrscheinlich größten set aus diesem konvolut und zwar haben wir von kobe die 401 1000 steine die css destroyer aus der small army navy reihe 71 cm hat das schiff am ende und 26 cm ist das ganze schiff hoch und ihr werdet vielleicht auf den ersten blick sind viel mit heutigen kobe schiffen hat das hier nichts zu tun und das wird wohl daran liegen dass dieses set aus 2010 stammt also hier haben wir wirklich ein stück der geschichte von kobe vor uns und da freue ich mich schon riesig drauf aber ich kann es jetzt schon mal sagen ich möchte dieses set nicht überhetzt bauen ich möchte das auf mich wirken lassen und deshalb wird dieses set nicht in der abstimmung zum samstags video auftauchen und nun kommen wir zu einem weiteren sluban set und zwar der m38 b0361 214 teile und es ist das dhc free torben otter building block kit harbour air seaplanes habe ich echt noch nicht allzu oft gesehen und auch da bin ich mega gespannt drauf und dann kommen wir auch schon zum nächsten set was an der 1000 teile mag gekratzt und zwar von mega blogs aus der call of duty reihe das combat vehicle attack 961 teile hat das ganze und auch hier sehen die steine sehr sehr interessant auf dem bild aus da freue ich mich auch schon mega drauf aber das ist auch sein set was in der abstimmung erst mal nicht landen wird weil ich mir für dieses set wirklich zeit nehmen möchte um das ganze auf mich wirken zu lassen und so einem set auch gerecht zu werden denn das privileg solche sets zu bekommen hat nicht jeder oder auch das glück hat nicht jeder der auch wirklich sein set bauen möchte und wenn ich dann schon sein set baue dann möchte ich es auch richtig ordentlich vorstellen und wenn ihr denkt wir haben jetzt unser pulver verschossen nö 1463 steine quasi hammer auch wieder ein militär set die kj10000 dabei handelt es sich um ein 2 in 1 set denn man kann nicht nur den hammer bauen den ihr gerade gesehen habt sondern natürlich auch den m1 a2 abrahams mtb im maßstab 1 zu 28 und weiter geht die wilde farb denn als nächstes haben wir von sing bau die xp 03010 den schwarzen natürlich absolut nicht mercedes aus der dream car reihe das ist so ein set das wollte ich mir schon öfter mal kaufen habe es dann aber irgendwie nie gemacht und habe es dann in diesem convolut gesehen und habe gedacht jetzt musst du auf jeden fall zuschlagen wenn nicht jetzt wandern habe ich eigentlich schon erwähnt dass in diesem convolut einiges luban set sind und zwar haben wir die m38 b0 509 439 teile und dabei handelt es sich um einen us-militär-hubschrauber ich habe den selbst noch nicht gebaut und freue mich auf jeden fall mir das ganze mal anzuschauen alles hat ein ende das convolut hat noch keins ich habe euch altes kobe versprochen hier habt ihr altes kobe und zwar haben wir hier auch wieder aus der cheap reihe den willis ambi mountain terrain auch wieder mit den alten kobe figuren ich bin mega gespannt ich höre schon die buh rufe aber auch solche sets natürlich gehören zu einem convolut wieder mal ein set das nicht zu einem militär thema gehört sondern zur town construction reihe von sluban das set habe ich auch schon vorgestellt und zwar die m38 b05 38 es müssen nicht immer die großen sets sein auch so ein set kann sehr viel spaß machen und deshalb cool wenn das in dem convolut mit drin ist auch wenn ich es in diesem fall jetzt doppelt habe falls ihr euch gefragt habt ob der vorherige convolut besitzer eventuell militär sets gemacht hat ja auf jeden fall haben wir hier von sluban die m38 b9900 aus der land forces superpower reihe den hammer carried auch hier wieder mit alten figuren man sieht dem set sein alter würde ich sagen auf der verpackung schon an und trotzdem freue ich mich sehr darauf dieses set hier zu erkunden klatscht in die hände es wird mal nicht militärisch und zwar haben wir von xilabs die 10171a eine limited edition 1000 sets gibt es davon eins ist jetzt bei mir und dabei kann man sich wer hätte es gedacht eine Achterbahn bauen ich bin sehr sehr gespannt auf dieses set ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nichts unter diesem set vorstellen aber ich muss es mir auch nicht vorstellen ich würde sagen wir gucken uns das zusammen an und weiter geht es wieder mit ja gut militär und zwar der sluban m38 b6 300 land forces superpower mal wieder den amphibienpanzer und hier sind wir bei ganz altem sluban angekommen wo altes sluban ist ist aber altes kobe auch nicht weit und dementsprechend haben wir hier von kobe den black shark 250 teile drei figuren die set nummer 2354 von 2011 2011 hat angerufen sie wollen ihre sets zurück und hier haben wir zum beispiel ebenfalls wie gesagt aus 2011 von kobe die 2440 400 steine 5 figuren das set panzer troops und ich habe gelogen alles hat ein ende und auch das konvolut hat leider eins aber bevor wir zu diesem ende kommen habe ich natürlich noch einen letzten leckerbissen für euch und zwar mal wieder von kobe die secret mission set nummer 2601 500 steine 5 figuren und dieses set ist sage und schreibe ein kobe set aus dem jahre 2007 und damit auf jeden fall das älteste kobe set was ich jemals in der hand haben durfte ich bin mega gespannt darauf habe ich irgendwie in diesem video öfter gesagt habe ich das gefühl ja wie gesagt 22 sets und mit verpackungen waren es am ende 22 kilo zum preis von 200 euro inklusive versand was sagt ihr dazu hättet ihr das auch gekauft was sagt ihr vor allen dingen zum preis und was wollt ihr als nächstes sehen guckt euch auf jeden fall die umfrage an und hämmert natürlich gerne fleißig in die tasten ich bin mega gespannt was eure meinung zu diesem kleinen meiner meinung nach schatz ist ich hoffe euch hat auch diese hohe gefallen auch wenn es mal keine review war und wenn sie euch gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick